Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt, so lautet Artikel 5 Absatz 1 des Deutschen Grundgesetzes. 1962 wurde dieses Grundrecht heftigst auf die Probe gestellt, mit dem vermutlich eindeutigsten Angriff auf die Pressefreiheit in der Geschichte der Bundesrepublik. Was genau damals geschehen ist, welche Auswirkungen es hatte und warum es heute noch bedeutend ist, das alles erfährst du jetzt in diesem Video. Im Zuge des im Herbst 1962 durchgeführten NATO-Manövers Fallex 62 wurde befürchtet, dass die BRD im Falle eines Angriffs der Sowjetunion nicht hinreichend verteidigungsfähig sei. Das Beharren des damaligen Verteidigungsministers Franz Josef Strauß auf nuklearen Waffen als Abschreckungsmittel und der Erstschlagstrategie gegen die Sowjetunion rief diverse Kritiker vor. Es bestand die Befürchtung, infolge der einseitigen nuklearen Orientierung gegen konventionelle Angriffe nicht hinreichend gewappnet zu sein. In diesem Zusammenhang veröffentlichte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel am 10. Oktober 1962 eine Ausgabe mit dem Titel Bedingt abwehrbereit. In diesem erläuterten der damalige stellvertretende Chefredakteur Konrad Ahlers aus Hamburg und der Bonner Spiegelredakteur Hans Schmelz Probleme und Schwächen der NATO und speziell der deutschen Verteidigung, wenn es zu einem Angriff durch die Sowjetunion käme. Noch am selben Tag gab die Bundesanwaltschaft ein Gutachten des Verteidigungsministeriums in Auftrag, da es ihrer Ansicht nach in diesem Artikel zum Verrat von Staatsgeheimnissen gekommen sein könnte. Die Verfasser und gegebenenfalls auch die Herausgeber hätten sich bei erhärtetem Verdacht des Landesverrats schuldig gemacht, es würde also ein schwerwiegender Strafbestand vorliegen. Das Gutachten des Verteidigungsministeriums bestätigte den Verdacht. Es beschuldigte die Autoren des Artikels Bedingt abwehrbereit des 41-fachen Verrats von Staatsgeheimnissen. Franz Josef Strauß, damaliger Verteidigungsminister, hatte sich bereits seit längerer Zeit mit dem Verfassen des Artikels Konrad Ahlers in einem persönlichen Konflikt befunden. Obwohl es sich nicht um sein Zuständigkeitsgebiet handelte, verstärkte Strauß ab dem 15. Oktober das Strafverfolgungsverfahren. Rückendeckung erhielt er dabei vom damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer. Infolge der Strafverfolgung gab der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs am 23. Oktober den beantragten Haftbefehlen und den Durchsuchungsanordnungen der Spiegel Räume in Hamburger Pressehaus statt. Am Abend des 26. Oktober besetzte die Polizei eben jene Räumlichkeiten des Spiegels, etwas später das Redaktionsbüro in Bonn. Zudem wurde Konrad Ahlers und seine Frau in der folgenden Nacht während ihres Urlaubs in Spanien verhaftet. Dieses Geschehen wurde in der Folgezeit besonders heftig kritisiert, da Strauß dafür eine direkte Kooperation mit dem damals von General Franco diktatorisch regierenden Spanien eingegangen war. Auch Rudolf Augstein, damaliger Herausgeber und Chefredakteur des Spiegels, wurde am 28. Oktober in Untersuchungshaft genommen, nachdem er sich freiwillig gestellt hatte. Das Vorgehen der Bundesregierung rief in Teilen der Bevölkerung heftige Proteste hervor. Träger waren die restlichen deutschen Verleger und zahlreiche Studenten, die heftige Kritik an der offensichtlichen Einschränkung der Pressefreiheit äußerten. Aus Solidarität der Presse untereinander durften nicht festgenommene Spiegelredakteure im Hamburger Pressehaus die Redaktionsräume der Zeit des Sterns und der Morgenpost nutzen. Somit konnten noch die freien Redakteure weiterarbeiten und die Produktion des Spiegels wurde trotz der Ermittlungen fortgesetzt. Währenddessen geriet Strauß mehr und mehr in politische Bedrängnis. Am 2. November erklärte er noch öffentlich, nicht direkt in die Geschehnisse eingebunden zu sein. Gleichzeitig sah sich der Verteidigungsminister dem Ärger des Koalitionspartners FDP ausgesetzt, da er verhindert hatte, dass der FDP-Justizminister Wolfgang Stamberger über das laufende Verfahren informiert wurde. Nachdem Bundeskanzler Adenauer am 7. November das Vorgehen der Bundesregierung noch vor dem Bundestag verteidigt hatte, gab Strauß zwei Tage später zu, doch direkt an der Verhaftung von Konrad Ahlers in Spanien mitgewirkt zu haben. Das Parlament fühle sich belogen und im Zuge dieses Vertrauensbruchs erklärten am 19. November alle fünf FDP-Minister geschlossen ihren Rücktritt. Die daraus resultierende Regierungskrise ließ sich nur durch den Rücktritt vom CSU-Minister Franz Josef Strauß abwenden. Am 30. November erklärte dieser letztendlich seinen freiwilligen Verzicht auf das Amt des Verteidigungsministers. Am 14. Dezember gründete Adenauer ein neues Kabinett mit der FDP und ohne Franz Josef Strauß. Adenauer musste jedoch versprechen, im Herbst 1963 zurückzutreten und seine Kanzlerschaft nach 14 Jahren zu beenden. Die Spiegel-Affäre kostete Strauß unverzüglich und Adenauer mittelfristig den Regierungsposten. In der Folgezeit zeigte sich deutlich, wie unberechtigt das Vorgehen der Exekutive war. Rudolf Augstein wurde als letzter Untersuchungsinhaftierter nach 103 Tagen am 7. Februar 1963 aus dem Gefängnis entlassen. Circa zwei Jahre später, am 13. Mai 1965, lehnte der dritte Strafsenat des Bundesgerichtshofs die Eröffnung eines Verfahrens gegen Rudolf Augstein und Konrad Ahlers endgültig ab. Am 2. Juni desselben Jahres stellte die Bonner Staatsanwaltschaft hingegen offiziell fest, dass Verteidigungsminister Strauß sich der Amtsanmaßung und der Freiheitsberaubung schuldig gemacht habe. Er ginge dennoch straffrei aus, da er sich in einem sogenannten Verbotsirrtum befunden habe, sich also seines Vergehens zum Tatzeitpunkt nicht habe bewusst sein können. Der Vorwurf des Landesverrats wurde am 23. Dezember 1965 endgültig ausgeräumt. Ein neues, unabhängiges Militärgutachten kam zu dem Schluss, dass im Artikel, bedingt abwehrbereit, vom 10. Oktober 1962 keine Staatsgeheimnisse verraten wurden. Die Mitarbeiter der Spiegel-Redaktion hatten sich also während der gesamten Zeit rechtskonform verhalten, wurden aber teilweise festgenommen und ihre Arbeitsplätze wurden besetzt und abgeriegelt. Gerade wegen dieser massiven Presseeinschränkung hat die Spiegel-Affäre einen besonderen Platz in der deutschen Geschichte. Sie stieß in den 60er Jahren eine politische Debatte über die Pressefreiheit und die Unverletzlichkeit der Grundrechte an, welche die Bundesrepublik nachhaltig prägte. Heute wäre ein solcher Einschnitt in die Presse- und Meinungsfreiheit in Deutschland praktisch undenkbar. Zudem war die Spiegel-Affäre ein entscheidender Initiator der außerparlamentarischen Opposition, welche die Bundesrepublik Ende der 60er Jahre stark prägte. Allgemein wurde die Macht der Exekutive in Deutschland und speziell die Gefahr durch Willkür seitdem wiederholt thematisiert und die demokratischen Kontrollmechanismen der Bundesregierung wurden ausgebaut. Letztendlich erlebte die Pressefreiheit in der Bundesrepublik durch die Spiegel-Affäre eine nachhaltige Stärkung. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Videos ihr euch in Zukunft wünscht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.